Wir haben hier noch einen Prominenten Besuch von der Regionalwirt AG Rheinland-Pfalz und der Kollege stellt sich mal kurz vor. Ja, ich bin Sven vom Bio-Weingut, Kostin Kranz. Alle da. Und bin auf Einladung von der Regionalwirt Hamburg hier vor Ort. Und es macht ziemlich Spaß. Wie immer man muss. Selbstverständlich. Mal abgesehen von kleinen Sticheleinen. Stichelein? Das ist Stichelein. Also Leute, kommt her heute den ganzen Tag noch bis 17 Uhr. Könnt ihr uns besuchen. Hier könnt ihr leckeren Wein probieren. Von der Mosel. Und leckere Milch und leckeres Fleisch von der Elbniederung. Und auch aus der Tränen-Niederung, wo ist der Nekai jetzt geblieben. Also Fleisch Pauli ist auch da und lecker Bier von Wildwuchs. Also kommt vorbei.